Der Markt fängt langsam an, wieder etwas an Fahrt aufzunehmen. Dieser zeigt sich in einem vielleicht leichten Anstieg des Transaktionsvolumens, der von vielen Akteuren, auch von Ihnen sicherlich als erste zarte Sonnenstrahlen gedeutet werden. Doch während einzelne Marktsegmente, und da wird Herr Krämer sicherlich ein paar Worte darüber verlieren, bereits die vielleicht noch wärmenden Sonnenstrahlen der Herbstsonne spüren, bleibt es an anderer Stelle durchaus frostig. Und auch Blitz und Donner kann man erkennen, was die Unternehmensinsolvenzen betrifft. Kurz vor der Exporial, die in der nächsten Woche beginnt, wird es wieder Zeit für eine mobilen Wetterprognose, welche einzelnen Marktsegmente bereits die noch wärmende Sonne spüren oder wo es vielleicht frostig bleiben wird. Darüber fahren geht gleich mehr. Ich freue mich nun, das Wort an Herrn Dr. Krämer zu überreichen, der in der LBBW den Bereich Research verantwortet und unser Chef-Volkswirt ist. Ich wünsche nun allen Teilnehmern interessante Einblicke und übergebe das Wort an Sie. Herr Dr. Krämer, the stage is yours. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank an Sie alle, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Ganz besonders immer vor der Exporial ist natürlich ein ganz besonderes Quarterly. Wir haben, Sie werden sich vielleicht gewundert haben, es ist ein bisschen frühlingshaftes Betitelung unseres Quarterly mit den Sonnenstrahlen, aber wir versuchen jetzt weniger von der tatsächlichen Jahreszeit, was auf dem Markt passiert. Und da sehen wir tatsächlich eine gewisse Belebung. Das möchte ich jetzt im Einzelnen ein bisschen aufarbeiten. Sie sollten jetzt die Folie sehen. Wenn nicht, dann bitte hier dazwischenreden. Wir sehen zunächst mal in der Großwetterlage, das heißt auf dem Kapitalmarkt, ein gemischtes Bild. Die Realwirtschaft ist, und darauf wird noch das eine oder andere Mal zurückzukommen sein, vor allem bei Büroimmobilien. Die Realwirtschaft liegt da nieder. Hier ist der IFO-Index, den Sie aus Funk und Fernsehen zur Genüge kennen. Die horizontale Linie ist ein bisschen verrutscht. Die sollte bei der 100 sein, weil die 100 ist die Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus. Aber sie ist zu unseren Gunsten verrutscht, weil wenn sie bei 100 wäre, wären wir noch tiefer unter Wasser. Also sowohl die Erwartungen hier in Orange als auch die aktuelle Lage wird von den Unternehmen zurzeit sehr negativ betrachtet. Die aktuelle Lage eigentlich so negativ wie nicht mehr seit der Corona-Pandemie und davor während der Finanzkrise. Also die Lage ist relativ bedenklich. Wir haben vom LBBW Research eine Prognose für dieses Jahr von 0% Wachstum. Es wäre eine Wiederholung des 0% von letztem Jahr, also Stagnation. Wahrscheinlich werden wir auch jetzt im dritten Quartal formal dann in einer Rezession gewesen sein. Aber das ist eher was für Volkswirte. Insgesamt tut sich nichts. Das ist natürlich auch wichtig für den Immobilienmarkt, der ja nicht zuletzt auch von der realwirtschaftlichen Dynamik abhängt. Also hier erst mal ein bisschen Gegenwind. Wo es gut läuft dagegen, ist die Inflation. Hier hatten wir gerade gestern dann noch Zahlen für den Euro-Raum. 1,8% Inflation. Das ist also bemerkenswert wirklich. Wir sind unter dem Ziel, dass unsere Erwartungen übertroffen und wir haben entsprechend auch dann gestern unsere Zinsprognosen entsprechend angepasst. Das hat viele Gründe. Natürlich ist die Schwäche der Wirtschaft ein Faktor, aber auch, dass die Energiepreise wieder stärker fallen. Was nach wie vor ein Augenmerk auch bei den Notenbänkern insbesondere hervorruft, ist die Lohnentwicklung. Denn die Kernrate ist nach wie vor oberhalb der 2% und hier insbesondere die Dienstleistung. Aber wir können ganz optimistisch in die Zukunft schauen, was die Inflation angeht. Und das hat natürlich Zinsauswirkungen. Hier ist nicht nur die Inflation für Deutschland abgebildet. 1,6%. Da reibt man sich ein bisschen die Augen. Das ist so niedrig wie seit Anfang 2021 nicht mehr. Aber auch die vorausschauenden Indikatoren für Preise wie Einfuhrpreise, Großhandel, Erzeugerpreise zeigen auch eher Preisstabilität an. Also hier ist es doch weitgehend Entwarnung angesagt. Das traue ich mich jetzt zu sagen. Und wir haben entsprechend dann auch Markterwartungen, dass die kurzfristigen Zinsen von der EZB weiter sinken werden. Bis Mitte nächsten Jahres ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, was der Markt sieht. 2%. Ich zeige es gleich. Wir sind ein bisschen vorsichtiger. Aber für dieses Jahr sowohl im Oktober jetzt als auch im Dezember noch mal zwei Schritte von 25 Basispunkten. Das hilft natürlich. Wir gehen jetzt langsam diese Treppe wieder runter der Zinsen. Hier sehen Sie mal die Prognose bis ins nächste Jahr. Wir sehen dann für Ende des Jahres ein Einlagesatz der EZB von etwa 2,25. Und das dürfte dann relativ nah am Gleichgewichtszins sein, falls wir keine neuen bisher unvorhergesehenen Schocks erleben. Aber wichtig auch für den Immobilienmarkt sind natürlich dann auch die langfristigen Zinsen. Hier die zehnjährige Staatsanleihe. Da sehen Sie die grünen Punkte, das sind die Prognosen. Da ist eigentlich keine Luft mehr da unten. Wir gehen vielmehr davon aus, dass es vielleicht schon eine gewisse Übertreibung gegeben hat, dass wir noch mal Anfang des Jahres eine gewisse Korrektur sehen könnten. Also die Inversion der Kurve geht jetzt langsam, langsam weg. Und das ist natürlich auch ein ganz lang erwartetes Phänomen. Aber kurzfristige Zinsen gehen wahrscheinlich noch runter. Langfristige, da hat die Musik eigentlich schon gespielt. Was bedeutet all das für den Immobilienmarkt? Sie kennen wahrscheinlich unsere Heatmap. Hier erstmal für die Büroimmobilien. Wir gehen nach wie vor von fallenden Preisen aus. Wir glauben, dass wir noch etwa 5% Preiskorrektur im breiten Markt sehen. Sehr ungleichmäßig verteilt. Also die 1A-Lagen mit guter Energiedämmung und so weiter haben durchaus gute Perspektiven. B-Lagen renovierungsbedürftig eher problematisch. Was sind die Treiber für die relativ negative Einschätzung? Zunächst mal die Konjunktur. Ich habe es gerade gezeigt. Der IFO-Index stark negativ. Das ist jetzt tiefrot. Und die Leerstandsquote ist auch tiefrot. Das hat natürlich strukturelle Gründe auch zum Teil. Wir haben das letzte Mal beim Quarterly länger über die Homeoffice-Tendenz gesprochen. Es wird ja manchmal jetzt so ein bisschen diskutiert. Ja, Homeoffice geht jetzt in den Rückwärtsgang und die Unternehmen holen die Leute zurück. Das ist anekdotisch richtig im breiten Markt. Aber glaube ich, darf man das jetzt nicht übersteigern. Wir haben eine Leerstandsquote, die dadurch hervorgerufen ist, auch, dass wir wahrscheinlich langfristig einen Bedarf an Flächen, Büroflächen haben, der 10 bis 15 Prozent niedriger sein dürfte als vorher. Also vor Corona und vor Homeoffice und so weiter. Dazu kommen natürlich noch Fertigstellungen, die jetzt auch noch auf den Markt drängen. Also Leerstandsquote ist sicherlich ein belastender Faktor. Die Büromieten sind noch ganz, ganz ordentlich. Hier sind wir so ein bisschen im Mittelfeld. Baugenehmigungen und Zinsänderungen könnten sich positiv ausschlagen. Es ist aber ganz leichtes, vorsichtiges Frühlingsgrün. Die Baugenehmigungen deuten auf eine Verknappung in der Zukunft hin. Eine nicht weiteres Angebotsausweitung, besser gesagt. Die Zinsveränderung, gerade schon drüber gesprochen. Das gibt ein bisschen Rückenwind. Aber insgesamt ist unsere Einschätzung unverändert. Das sehen Sie, diese gestrichelte Linie bei unserem Tacho hier rechts zum Vorquartal. Also die Konjunktur und die Leerstandsquoten sind die Treiber dafür, dass wir hier die Tiefen des Marktes noch nicht völlig ausgelotet haben bei den Büroimmobilien. Bei Wohnimmobilien dagegen sind wir noch ein bisschen positiver geworden. Da waren wir schon bei neutral, sind jetzt in Richtung grüne Zone hier auf dem Tacho. Hier sehen Sie relativ viel Grün am aktuellen Rand. Die Mieten steigen robust. Das Bevölkerungswachstum ist nach wie vor da. Vielleicht nicht mehr so ganz dramatisch wie direkt nach der Invasion der Ukraine. Aber wir haben hier nach wie vor wachsenden Bedarf an Wohnraum, aber wenig Neubau. Also Auftragseingang ist immer noch schwach. Dieses Ungleichgewicht sehen wir auch für die Zukunft. Das Bewertungsniveau ist hier ein bisschen orange-gelb eingezeichnet. Wenn wir anschauen, auch die Erschwinglichkeit zum Beispiel, wie teuer oder billig ist Wohnraum relativ zum verfügbaren Einkommen, also im Sinne von Annuitäten, die bezahlt werden müssen. Ist es überdurchschnittlich? Ja, aber wir haben natürlich jetzt auch ein Angebot-Nachfrage-Phänomen auf dem Wohnungsmarkt, dass wir glauben, dass die derzeitige Bewertung eigentlich in Ordnung ist. Wir haben eine starke Korrektur gehabt. Letztes Quartal habe ich Ihnen das gezeigt, dass es schneller ging als in anderen europäischen Staaten und wir deswegen relativ weit vorangeschritten sind. Schauen wir ein bisschen mehr ins Detail, klappen wir mal die Büros auf. Hier kriegen wir zunächst mal Headlines, die darauf hindeuten könnten, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder vielleicht eher Ende der Ankerkette, weil es geht ja nach unten. Wir glauben aber, dass das vielleicht ein bisschen zu optimistisch ist, weil wir noch etwas Rückgang prognostizieren. Ich habe es schon gesagt, 5% etwa noch. Das sehen wir hier nochmal abgebildet in der schwarzen Linie und das Dreieck ist quasi der Tiefpunkt, den wir prognostizieren. Sondern das liegt ja an der Konjunktur, das liegt an den Leerstandsthematiken. Das liegt aber auch daran, dass viele zurzeit noch abwarten und gerade Immobilienunternehmen jetzt zum Teil doch stärker unter Druck geraten. Und es möglich ist, dass eine größere Zahl von Eigentümern sich trennen müssen, weil Covenants gebrochen wurden oder ähnliches. Und somit ein Angebot zusätzlich auf den Markt drängt. Denn diese Stabilisierung, die ich Ihnen gezeigt hatte im letzten Quartal, die basiert auf einer hauchdünnen Transaktionsbasis. Also es gibt noch keine wirklich belastbaren, starken Transaktionsanstieg. Deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Wir glauben, diese Abflachung der schwarzen Kurve hier, dass das noch nicht das Ende vom Lied sein dürfte. Büros, wer wohnt und arbeitet in Büros, natürlich. Das sind vor allem die Dienstleister, Finanzen, Beratung, IT und so weiter und so fort, die eine sehr starke Homeoffice-Quote haben. Das ist natürlich belastend. Aber wir sehen auch, dass bei den Dienstleistern der IFO-Index jetzt mittlerweile auch unter die Null gerutscht ist. Da müssen wir die rechte Skala gucken. Also auch hier ist Pessimismus, hier ist Rückgang. Und wir sehen eine starke Korrelation zwischen Dienstleistungsvertrauensindex, IFO in grün und der Auslastung der Immobilien, der Büroimmobilien in schwarz. Also das, wenn wir das extrapolieren, geht es hier wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten. Die Leerstandsquoten habe ich schon mehrfach genannt. Hier sehen wir sie mal in ihrer vollen Schönheit oder Hässlichkeit, besser gesagt. Die Tiefpunkte waren vor Corona erreicht worden. Da sind wir weit davon entfernt. Wir prognostizieren für den Markt insgesamt hier, das wäre quasi die Extrapolation der schwarzen Linie, einen Leerstand von etwas über 7%. Das heißt, hier ist auch noch ein bisschen Luft nach unten leider. Und das macht sich natürlich bemerkbar in der Form, dass mehr und mehr Immobilienunternehmen in eine Schieflage geraten. Klar, die Finanzierungskosten gehen hoch, die Kapitalwerte gingen runter. Jetzt über zwei, drei Jahre, auch wenn jetzt langsam die Talsohle erreicht sein dürfte, geht dann doch dem einen oder anderen die Luft aus. Das Aussitzen wird für den einen oder die andere nicht mehr möglich. Und folgerichtig sehen wir einen Anstieg der Insolvenzverfahren. Die grüne Kurve ist einfach die gekletterte Kurve. Da sehen wir einen klaren Trend nach oben. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem Niveau, wie wir es zuletzt in der Finanzkrise gesehen haben, was die Insolvenzen von Grundstücks und Wohnungsunternehmen angeht. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, weil natürlich der Wind sehr stark ins Gesicht geblasen hat. Jetzt wird der Wind ein bisschen leichter, aber die Richtung ist immer noch von vorn. Das sehen wir auch bei den Immobilienfonds. Hier kommt natürlich auch Druck auf. Vor allem bei den Publikumsfonds, die Ausflüsse von Mitteln beobachten lassen. Das ist die schwarze Kurve. Die Spezialfonds, die halten dann noch schön zusammen. Aber auch da sind die Zuflüsse, der Trend, auch klar nach unten. Das bedeutet, wer natürlich Ausflüsse hat, muss dann entsprechend auch die Immobilien zum Teil veräußern. Ein Markt, der sehr, sehr flach ist mit geringen Transaktionen. Das heißt, hier sehen wir das Risiko, dass aufgrund dieser Drucklage von den Gewerblichen auch noch ein Angebotsüberschuss kommt. Und das würde die Preise noch senken. Deswegen zusammenfassend, wir sind noch nicht ganz da. Minus 5 Prozent sehen wir noch. Beim Wohnen sehen wir schon ein bisschen mehr blauen Himmel, nämlich hier. Da wachsen sogar Palmen auf dem Dach. Langsam Zeit, die reinzuholen dann, glaube ich. Und wir hatten die letzten beiden Quartale schon gesagt, wir erwarten, dass hier das Schlimmste vorbei ist und das jetzt bergauf geht. Und wir freuen uns, berichten zu können, dass es so tatsächlich gekommen ist. Hier sind verschiedene Indizes für Wohnimmobilien und da sehen Sie, dass die letzten Beobachtungspunkte alle nach oben zeigen. Sie sehen aber auch, wie stark die Korrektur in relativ kurzer Zeit vollzogen wurde. Wir sind jetzt eigentlich wieder so ein bisschen im langfristigen Trend. Die Erholung ist breit aufgelegt. Hier haben wir das mal links für Ein- und Zweifamilienhäuser und auf der rechten Seite für Eigentumswohnungen. Es geht eigentlich überall bergauf und überall steigen die Preise. Die einzige Ausnahme sind die Eigentumspreise in dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo wahrscheinlich die Landflucht nach wie vor ein Phänomen ist, was hier besonders stark wirkt. Aber insgesamt, das ist natürlich ein relativ kleiner Teil der Transaktion insgesamt, sehen wir, dass die Preise sich sowohl in den Metropolen als auch in den relativ dichter besiedelten ländlichen Regionen durchaus stabilisiert. Also das macht uns zuversichtlich, dass es weiter bergauf geht. Deswegen zeigt der Tacho auch in die Richtung Anstieg, den ich Ihnen gezeigt habe. Und was auch positiv ist, wir sehen mehr Umsätze, wir sehen mehr Transaktionen im Gegensatz zu dem, was etwa auf der Büroimmobilienseite zu beobachten war. Hier sehen Sie den Anstieg der Wohnungsbaukredite an private Haushalte, monatliche Zahlen. Der Trend am aktuellen Rand ist ganz klar. Ja, wir sind noch nicht auf dem Vorkrisenniveau. Das war aber vielleicht auch ein bisschen unnachhaltig. Aber wir haben jetzt immer wieder ein Niveau, wie wir es eigentlich seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr hatten. Also die Leute greifen wieder zu, sie gehen wieder zur Bank und sie suchen nach Immobilien. Das heißt, hier beginnt das Leben tatsächlich ein bisschen stärker zu blühen als im Büromarkt. Und das wird auch getrieben davon, dass die Hypothekenzinsen gefallen sind. Das ist natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir sie kannten, von 100 Basispunkten zum Teil weniger. Aber wir hatten ja lange Zeit jetzt schon 3,5 Prozent für Jahresende prognostiziert. Da halten wir auch grosso modo daran fest, zurzeit sind die Hypothekenzinsen knapp sogar ein bisschen niedriger zum Teil. Aber natürlich schon eine Entlastung im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Was trotzdem wahr ist, keine Frage, wer jetzt irgendwas refinanzieren muss, was er vor 5 oder 10 Jahren aufgenommen hat, das wird natürlich teurer. Aber meistens ist dann bereits so viel Kapital in der Bilanz der Eigentümer, dass es hier nicht zu Notverkäufen kommen muss und somit das Angebot nicht zusätzlich steigt, was die Preise drücken könnte. Also hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel, keine Frage. Aber wir haben hier doch deutliche Entwarnung, was die Wohnimmobilien angeht. Die Möglichkeit der Unternehmen, entschuldigen Sie, der Haushalte, sich zu verschulden, ist auch gut. Wir haben hier eine kleine Revision der Bundesbank, was die Schuldenquoten angeht, relativ zu verfügbaren Einkommen. Letzteres wurde revidiert in der historischen Reihe. Deswegen haben wir die dunklen Linien und wir sehen, dass die Revision darauf hindeutet, dass die Verschuldung der Haushalte sogar noch geringer ist, als vermutet war. Und wir haben jetzt eigentlich, wenn man die Gesamtverschuldung anschaut, die dicke grüne Linie, eine Verschuldungsquote der Haushalte, die so niedrig ist wie noch nie in diesem Jahrhundert. Also hier ist kein Druck da, der jetzt irgendwie zu hektischen Zwangsverkäufen führen könnte. Also Büroimmobilienmarkt, ja, wir können den Boden langsam sehen und Wohnimmobilienmarkt, wir können den Boden sehen, aber nur im Rückspiegel. Wir machen bereits wieder eine leichte Aufwärtsbewegung, aber erwarten Sie keine Rückkehr zu den absoluten Boomjahren der Nullzinsphase. Was ist auch noch wichtig, das ist unser Sonderthema dieses Jahr, ganz kurz darauf einzugehen. Energieeffizienz wird immer wichtiger, dass die Bewertung von Immobilien hängt zu einem höheren Anteil von der Energieeffizienz ab oder zu einem höheren Grad, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das liegt natürlich an zwei Dingen. Das eine ist, dass die Energiepreise höher sind. Die sogenannte zweite Miete, nämlich die Nebenkosten, machen einen immer größeren Anteil aus. Und wir sehen hier, sagen wir mal, langfristigen Trend von Verbraucherpreisen für Energie, für Wohnkosten. Ich denke, dass gerade Gas wahrscheinlich eher wieder ein bisschen runter geht. Da ist ein Lag drin, weil die Leute auch nicht richtig ihre Verträge erneuern. Wundere ich mich immer. Aber es ist teurer als vorher. Das heißt, nicht nur ist es ein größerer Teil der Kosten des Wohnens. Deswegen ist Energieeffizienz beliebter, sondern es wird auch gefordert von der Regulierung, die doch stark zugenommen hat. Und hier soll der Energieverbrauch sowohl bei Wohngebäuden als auch bei Büro, also nicht Wohngebäuden steigen. Interessanter ist eigentlich das Thema Nichtwohngebäude, nämlich für gewerbliche Immobilien. Hier gibt es nämlich Sanierungszwang. Hier gibt es verpflichtende Renovierungen. Und zwar sollen bis 2030, ist nur noch fünf Jahre in der Zukunft, die schlechtesten 16 Gebäude, also schlecht nach Energieeffizienz, in eine höhere Effizienzklasse geschoben werden. Bis 2030, dann nochmal 10 Prozent extra, also in den nächsten neun Jahren sollen über ein Viertel aller Immobilien renoviert sein, und zwar gerade die schwächsten. Und das bedeutet natürlich, dass in einigen, gerade wenn es schlechtere Lagen sind, diese Renovierung nur dann stattfinden wird, wenn tatsächlich sich das auch lohnt, wenn man das hinterher auf die Mieten umschlagen kann. Das ist in 1a Lagen wahrscheinlich nicht so das Thema. Da haben wir auch das Thema mit Energieeffizienz weniger. Aber es kann natürlich dazu führen, dass in diesem Prozess einige Immobilien nicht renoviert werden, sondern abgerissen. Und das könnte dann allerdings auch wieder zur Stabilisierung der Preise beitragen, weil damit das Angebot verknappt wird. Also die Preise sind höher für Energie, die Regulierung ist strenger. Deswegen gibt es mehr Differenzierungen. Die Preisunterschiede nehmen zu und es gibt verschiedene Studien, die wir im Quarterly im Einzelnen beleuchten. Ich möchte hier nicht darauf eingehen, aber es ist klar, dass diese Unterschiede der Preise natürlich vor allem nach der Invasion Russlands und den Anstieg der Energiepreise zugenommen hat. Diese Aufwächerung, die Spreizung kann wieder ein bisschen zurückgehen jetzt, wenn die Energiepreise sich normalisieren, was ja der Fall ist, haben wir bei der Inflationsmessung gesehen. Aber wahrscheinlich wird es ein wichtiger Faktor bleiben. Deswegen haben wir es zum Sonderthema für dieses Quartal gemacht. Und damit springe ich gleich zu Ihrer Lieblingsfolie, die nämlich signalisiert, dass ich jetzt am Ende angekommen bin. Und dann haben wir noch ein paar Momente für mögliche Fragen. Herzlichen Dank von hier aus.